Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Star Wars. Wir können hier noch nicht alle bekommen, ne? Ne, können wir nicht. Stimmt, das war einer die, genau. Ja, wir können da ja nicht alle bekommen. Ich glaube zwei oder so können wir nicht bekommen. Das ist einmal der am Ende, das ich vom letzten Part, da wo wir Flammenwerfer und so, ne, Raketenwerfer oder so brauchten. Und dann noch einen. Irgendwie. Ja, noch einen. Zwischendurch. Ja, hier müssen wir... Ja, das machen wir noch nicht. Da wir hier auch einen Raketenwerfer brauchen, machen wir lieber das Level hier. Als... Gehe ich diesmal als Doki oder als Fremde 2? Doki, komm. Spielen wir mal mit Doki. Ja. Erstmal richtig hinsetzen, ey. Hast du Ätzeln mit der Natur irgendwie zu spielen, aber der nimmt den Controller ja nicht an. Das ist total doof. Naja. Ähm, so. Gut, ich weiß nicht, was wir hier alles vergessen haben an... ...Items, äh, an Minikids. Fuck, wie viele hatten wir hier? Wir hatten hier vier! Alter, nur vier? Es ist weniger als erwartet. So, da oben hatten wir jetzt auf jeden Fall schon mal das bekommen. Okay. Kann ich das nicht kaputt machen? Danke. Viel einfacher. Zack. So, ich würde gerne genau das anmachen. Dann haben wir da oben doch auch zum Anmachen. Oder haben wir es... Haben wir es schon angemacht, glaube ich. Okay. Ähm... Da, die Wache. Ich weiß echt nicht mehr, was wir alles schon gemacht haben. Also, wo wir alles schon waren und wo noch nicht. Es ist so mein Problem gerade. Da oben kommen wir nicht hoch, ne? Nee, okay. Gut, dann haben wir noch das da. Da ist mein Charakter. Sehr gut. Äh, zack. Supergeil. Bam, 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 bam. Schade. Bam. Bam. Oh Gott, zu viele Gegner. Oh Gott. Zu viele Gegner. Eindeutig. Bam, bam. Weg hier. Weg hier. So, gucken, was hier ist. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir was alles vergessen haben. Das ist halt... Ja. Bisschen problematisch. Aber egal. Ich war auch erst mal überlegen. Also, wenn wir jetzt weitermachen, machen wir in der Story ganz komplett erstmal... Was soll ich sagen? Machen wir die Story erstmal Episode 1 bis 3 fertig. Weil... Das hat sonst keinen Sinn. Wenn wir überall Raketenwerfer und so brauchen... Ja. Wieso ist das gerade explodiert? Wer hat das explodieren lassen? Hey. Und cool. Und cool. Haben wir hinten noch was? Ja, das hier. Wow. Ähm, ja. Wir brauchen halt überall Raketenwerfer. Und dann... Das lohnt sich dann einfach nicht, wenn wir dann... Tausendmal das gleiche Level machen müssen. Deswegen machen wir erstmal Episode 3 dann zu Ende, wenn wir hier jetzt erstmal alles abgeschlossen haben. Soweit. Das macht auch keinen Sinn. Ich weiß. Aber wir haben hier... Jetzt schon angefangen damit. Dann können wir jetzt auch abschließen. Finde ich. Ja. Ja, ja, ja. Ach man. Haben wir da... Wieso? Okay. Kein Geld draus bekommen. Nett. So, hier rein können wir, wie es aussieht, auch nicht. Nee. Nee, nee. Können wir nicht rein. Hier oben ist auch nichts, okay. Okay, hoch. Zack, zack. Da ist... Stimmt, da ist ein Minikit drin. Wieso hatte ich das letztes Mal nicht geholt? Ich weiß nicht... Kam ich da nicht an? Stimmt. Nein, klar. Ich kam da nicht an, weil wir nicht unseren Charakter hatten. Also kein Jedi oder so, der hoch springen konnte. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Stimmt. Ja. Gut. Ich habe wenig zu erzählen gerade irgendwie. Ich versuche mich hier in dem Part mal ein bisschen zu beeilen. Ähm... Ich will den Part nämlich eigentlich nicht überlang haben. So wie die ganzen Parts immer werden irgendwie. Immer überlang. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich habe so gut wie immer Parts in Überlänge. Das können wir auch mal aufstellen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, so. Oder... So gut wie immer Parts in Überlänge. Das ist ein bisschen doof. So. Haben wir hier irgendwas? R2. Komm mal, springen wir rüber hier. Okay, nein, haben wir nicht. Wir dürfen nicht zu viel Geld verlieren. Bei uns war es gerade Krankenwagen irgendwie. Yo. Wow, echt jetzt? Als ob ich darunter gefallen bin, deswegen. Aua. Mein Geld. Oh Gott. Ja Gott. Ah. Mensch. Wir haben es geschafft. Okay. Heilio. Ja, das war schon. Wow. Okay. Ich weiß ja noch nicht, können wir irgendwie aus den Fenstern raus oder so? Aus manchen Fenstern bestimmt, oder? Aus manchen Fenstern können wir bestimmt raus. So. Zack, zack. Obwohl hier war ja auch... Ich glaube, hier war auch ein Minikit, ne? Kann sein. Das muss ich echt Unmengen an Geld geben. Also richtig viel Geld geben, was wir einsammeln können. Weil die Leiste füllt sich halt so gut wie gar nicht. Das ist echt krass. Das ist echt krass. So, da haben wir Tausender, stimmt aber auch... War da ein Minikit drin? Ich weiß es nicht mehr. Kommt mir irgendwie doof, wenn da nur so ein Tausender drin ist. Dann stelle ich schon mal rauf. Ach, das gibt... Och, komm. Doch, komm. Ach. Ach, ja. Okay. Gibt es hier irgendwie noch was? Nee, ne? Da kamen wir. Okay. Super. Okay, das sah witzig aus. Oh, Mann, ey. Das ist... Ich habe das Gefühl, wir werden hier schon wieder nicht wahren Jedi packen. Das ist echt unglaublich. Och, kommt. Zack, zack, zack. Zack, zack. Okay. Das darauf. Das da rauf. So. Ja, ja, bings. Ja, nicht so. 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 Nice. Es gab uns kein Minikit? Was? Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Muss ich ja mal zugeben. Aber gut, okay. Huh. Ich habe jetzt erwartet, dass wir da ein Minikit bekommen. Manu. So, aber hier konnten wir doch... Genau, das hier konnten wir erstmal machen. Das gibt uns ein Tausender. Okay. Gib mir. Danke. Okay. Hier raus bekommen wir Geld. Gab es hier noch was irgendwie? Nein, okay. Aus dieser Statue bekommen wir doch einfach nur genau... Das hier, damit er 2 das öffnen kann, glaube ich. Ups, sorry. Einfach angreifen. Einfach angreifen. Genau. Und hier brauchen wir mal... Eben darf man rollen. Ja, ich will nicht. Ach man. So, nervige Scheißfiecher. So, gut. Genau. Hier kamen wir... schon nicht weiter. Das hat... Wow. Gibt... Bringt das irgendwas, wenn wir das... Ey. Legt das zurück. Legt das zurück. Okay, wir müssen einmal... Irgendwie so. So, okay, gut. Lass einmal wieder zurückbringen. Nach da vorne irgendwie. Nein. Danke. Ei, ei, ei. Okay, das hier gibt ihr nochmal extra... ordentlich Kohle. Ordentlich Kohle. Und ein Minikit. Okay. Ein Minikit gibt mir das hier? Alter. Das ist ganz schön wenig irgendwie, ne? Also, das ist hier ganz schön... Na, okay. Nein, eigentlich nicht. Ich will es nur gern mehr. Ich will mehr Minikits. Ich wette, ich habe hier schon wieder welche übersehen, ey. Ich wette es. Irgendwie dadurch, dass ich nicht alle Fenster aufgemacht habe oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas habe ich das Gefühl. Ich will schießen, schießen, schießen. Okay. Zack. Genau, das geht auf. Aber hier drin ist nichts. Nichts. Kein Minikit. Hier auch nicht. Hier ist auch... Was ist das? Warum ist hier kein Minikit? Ich war der Meinung, hier war eins. Mann, geh weg. Geh weg. Okay. So. Okay, das haben wir. Huh. Ausgewiesen. Rückwärtssalto. Ja, nice. Okay. Dafür brauchen wir Jaja Binks. Genau. Zack. 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 Ähm. Okay, was ist hier drin? Nichts. So kommen wir einfach nur hier runter, okay? Hä? Alles klar. Musst wir hier nicht die Wachen befreien? Irgendwie war es hier doch, oder? Aber wir haben schon mal... Ne, warte. Wir haben schon mal zwei neue Minikitz bekommen, ne? Zwei haben wir schon mal. Ist doch schon mal was... Ist doch schon mal etwas. Ist doch schon mal etwas. Okay. Einmal das bitte. So machen. Danke. Jaja Binks. Gab's hier hinten? Nicht knapp hier oben gab's auch ein Minikitz, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Oh Gott. Das war zu weit. Geht weg. Nein, was? Oh Mensch. Okay. Moment. Ich will mal kurz... Jo. Danke. Nervige Fiecher. Sehr, sehr nervige Fiecher. Okay, ähm... Ist hier auch kein Minikitz? Als ob hier kein Minikitz ist. Ach Mann. Aber hier können wir das zerstören. Bam! Ich mach einfach alles. Ich zerstör einfach alles. Alles kaputt machen. Das kann ich gut. Irgendwas schießt hier doch noch, oder? Ne, das sind die... Okay. Das sind die Springbrunnen. Ich bin der Meinung, hier ist eigentlich auch ein Minikit aufgetaucht. Wenn man die Springbrunnen angemacht hat. Mann! So viel, was nicht mehr so ist wie damals. Aha. Das ist echt doof. Ach Mann. Okay. So. Zack. Das kann ich schon mal zusammensetzen. Genau. Und nochmal hier gucken. Was haben wir hier denn so vergessen? Haben die überhaupt irgendwas vergessen? Ich glaub nicht. Kein Minikit zumindest. Aber dann schicken wir Anakin mal... Das sah ja geil aus. Bei TC14. Ne. Hier ist auch nichts mehr. Nichts Wichtiges. Was wir vergessen haben könnten. Okay. Zack. Zack, zack. Komm rüber. Ja, nice. Okay, sehr gut. Ich bin grad voll gegen das Mikrofon gekommen. Glaub ich. Ähm. Flieg mal rüber. Das würde ich bitte gerne alles einsammeln. Dankeschön. Da oben müssen wir gleich hoch. Okay. So. Hier hoch. Zack. Genau. Und dann geht das auf. Aber hier haben wir jetzt auch keine Dings vergessen, ne? Das war fast so weit. Keine, keine, keine Sachen vergessen. Ich wollte doch... Ich wollte doch... Danke. Aber ich geh jetzt rüber. Auf die andere Seite. Ich werde es auf. Okei. Assangez je jetzt... Jetzt rüber.